Klicke auf den gewünschten Service Schreibe direkt eine Nachricht an den Anbieter mit deiner Anforderung Anschließend bekommst du eine Antwort mit der Bestätigung Noch ein Hinweis, die Rechnung wird vom Verkäufer erstellt Diese solltest du von ihm direkt per Mail oder auf dem Postweg erhalten Einfach so, wie ihr es vereinbart Über Bob findet der Kontakt und die Kommunikation statt